Sind die Unterlagen fertig? Die Zahlen auch? Na wunderbar, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Danke. Diese Zahlen sind doch schon eine Woche alt. Wir bräuchten die von heute. Von heute? Wissen Sie, wie mühsam das ist, die Daten neu aufzubereiten? Die Daten sind natürlich aktuell in unserer i-Series verfügbar, aber für diese Unterlagen müssen wir alle einzeln mit der Hand... Moment. Haben Sie von Hand gesagt? Schon. Bei uns werden die Daten für die Bank sorgfältig von Hand zusammengestellt. Oje. Frau Reichenbach, bitte sagen Sie meinen Lunchtermin ab. Haben Sie Hunger? Äh, Hunger? Herr Eker, Signori. Gela, Sie haben es. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, dieses Brot ist nicht mehr ganz frisch. Sehen Sie? Genau das habe ich vorhin gemeint. Wir haben alle Hunger. Hunger auf aktuelle Daten. Wir wollen keine Reste von gestern. Und genauso erwarten Ihre Kunden, Ihre Angestellten frisches. Das Neueste, was Sie ihnen anbieten können. Nun, was würden Sie geben, um Ihre Daten in Excel ständig und automatisch aktuell zu haben? Sie meinen wirklich jederzeit aktuell? Dafür würde ich die Welt geben. Es gibt was günstigeres. Data Express von Toolmaker. Data Express? Ja. Data Express ermöglicht das Abfragen von iSeries-Daten einfach mit Excel. Sonst nichts. Dabei werden Ihre Dateien aus der iSeries, richtig miteinander verknüpft, automatisch in Excel übertragen. Jeder Excel-Anwender kann mit einigen Angaben und Mausklicks die benötigte Abfrage kurzerhand definieren. Okay. Aber stehen mir dann alle Möglichkeiten von Excel zur Abfrage offen? Daten aus der iSeries können in Excel genauso weiterverarbeitet werden, wie von Hand eingegebene Daten. Es gibt eigentlich wirklich keine Ausreden mehr, warum Excel-Daten nicht immer auf dem allerneuesten Stand sind. Heißt das, dass damit auch menschliche Fehler bei der Übertragung zu 100% ausgeschlossen sind? Ja, sicher. Ah, apropos Sicherheit. Auch die Unternehmensleitung darf sich sicher fühlen, da Abfragen nur den berechtigten Benutzern zugänglich sind. Mit Toolmaker gewinnt man nicht nur Sicherheit, sondern auch Aktualität. Oder mit anderen Worten, für die Verwendung in Excel müssen keine Daten aus der iSeries von Hand aufbereitet oder erfasst werden. Dadurch würden wir wirklich viel Zeit sparen. Sogar sehr viel Zeit. Und Sie hätten viel weniger Stress. Und somit hätten meine Fachabteilungen mehr Selbstständigkeit und Flexibilität bei den Auswertungen. Jetzt haben Sie es erkannt. Eine Abfrage, zum Beispiel eine Umsatzstatistik, müsste nur ein einziges Mal erstellt werden und könnte dann auch immer wieder von Personen, die kaum mit EDV vertraut sind, einfach verwendet werden. Wobei die Daten selbstverständlich stets aufs Neue aktualisiert würden. Automatisch. Und als Geschäftsführer müsste ich also nicht mehr warten, bis jemand aus der EDV verfügbar ist. Somit hätte ich eine Auswertung, wann immer ich sie haben will. Zu jeder Zeit. Im Sekundentempo? Sogar in der Nacht und am Wochenende. Wird diese Abfrage nur einmal wöchentlich benötigt, bedeutet dies ein Zeitaufwand für die übliche Art der Erstellung, das heißt ohne Data Express? 30 Minuten mal 52. Das sind 26 Stunden im Jahr. Und dagegen mit Data Express? 30 Sekunden mal 52 plus 45 Minuten. Nur 71 Minuten im Jahr. Merken Sie den Unterschied? Ich kenne Firmen, die sparen mit Data Express locker 1000 und mehr Arbeitsstunden pro Jahr. Das sind rund sechs Monate Arbeitszeit. Ohne Urlaub. Das entspricht ja glatt einem halben Jahreslohn. Wie ein Salat amiste. Grazie. Guten Appetit. Das sieht gut aus. Bedenken Sie, es kommt immer auf die Frische an. Genau wie bei Ihren Daten. Und wer nicht mehr mühsam Zahlen zusammensuchen muss, der hat auch wieder mehr Zeit und Kraft für kreative Tätigkeiten. Und dadurch steigt wiederum die persönliche Effektivität. Stimmt was nicht? Nein, nein. Ich will nur was Besseres. Hallo? Prego? Einmal Data Express bitte. Sehr gerne. Und zum Nachtisch gibt es noch was Feines für Ihre Firma. Nachtisch? Nachtisch? Jetstus. Ja. Nachtisch? Schön.